Ja, das bringt uns Tastatur-Spieler nichts. Aber den Gamepad-Spielern. Okay, aber ist egal, das hat funktioniert. Das gibt ein gutes Thumbnail. Sehr gut. Ah, so. Äh, ja, ähm, hau du mal. Ready, Björn? Ja, ich komm. Dann müssen wir zur Polizeistation, warum krieg ich keine Wegnötigung? Fuck, das Ding ist, wie... Ja, ich wollt grad sagen, wie du einfach da wecktürst. Ich komm ja fast gar nicht hinterher. Ah, ne, unglaublich. Aber das ist gut, das ist ein Wettrennen. Mal gucken, wo ich da nachkomme. Das ist eher das Problem mit den Kurven. Nee, jetzt mein Ernst, wohin? Okay, also im Moment gewinne ich. Ja, du fährst doch besser, ich hab nicht wirklich die Kontrolle. Oh, scheiße, nein. Kurven. Okay, ich glaub ich hab... Aber jetzt... Ah, na, schade. Ich hab jetzt gehofft, dass du mich auf der Kran überholst. Ja, würde ich auch noch, glaub ich, ich hole noch auf. Wenn alles nach... Oh, gib wie, du fährst ja nicht sehr gesund. Wichtig für euch ist natürlich immer, äh, lesen, was ihr zu tun habt. Hallo! Ah, da kommt der Geschossen. Hahaha. Ade! Auf Wiederschön. Uuuuh. Hui, das war knapp. Holy shit, ich... Oh, das wär mir auch fast passiert. Oh, da kommt die Mutterhaube geflogen. Hallo. 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 Hahaha. Holy shit. Oh. Oh, Ego-Perspektive. Ich hab's in der Ego-Perspektive gesagt. Oh Gott. Ah, das ist immer komisch. Oh shit. Aha. Oh, wusch. Oh, wusch. Alter, alter, alter. Alter. Oh, das läuft mir nicht an. Mach das jetzt in der Ego-Perspektive, ne? Du bist Wahnsinn. Wir sollen so tun, als wären die Polizisten. Ja? Oh nein, also, äh, Ego-Perspektive ist nicht die beste Idee. Hahaha. Auch schon drauf gekommen. Oh shit. Ist das denn das Polizisten? Jörn. Ja? Lebst du noch? Ich brauche einen Abholservice. Ich häng fest. Okay. Okay. Wo in der Stadt liegt die Polizeistation? Wir werden doch innen geleitet. Wo in der Stadt die Polizeistation liegt? Ähm, das ist jetzt eine gute Frage. Normalerweise, also, in, in, äh, sollen wir auch in Jack Murphy Welt sprechen? Jörn, Hilfe! Ich komm hier nicht mehr runter. Ich glaub, das ist die gleiche. Ähm, sie ist tatsächlich eigentlich relativ in der Nähe, wo wir jetzt gerade sind. Warte mal. Was, echt? Ähm, wo seid ihr? Ah, ihr seid völlig falsch. Hahaha. Weil da war ein, ein Ort war dran, interessanter Ort, und ich dachte, ja gut, dann muss man da hin. Ja, ne. Eben nicht. Warte mal, ich muss grad den Platz spielen. Ne, ähm, warte mal. Da, warte mal. Ich spiel mein Navi. Ähm. Bitte fahren sie aus dem Parkplatz raus. Mhm. Los, Gibi. Ich spiel Navi. Alles gut. Fahrt mal genau. Fahrt mal los. Bitte. Rechts abbiegen. Dann links abbiegen. Bist du bei mir im Auto drin? Ja. Ah, okay. Gut. Hier? Die zweite Abbiegung rechts. Hä? Dem Straßenverlauf folgen. Hahaha. Ja, wir sind jetzt gerade irgendwie gesiegt. Das ist schlecht. Jetzt. Links abbiegen. Hier. Nein, eins weiter. Komm. Wo stehst du? Du sollst weiterfahren. Ähm. Fahrt ihr weiter? Ja, wir fahren weiter. Ah, jetzt geht's. Oh, echt? Jetzt müsstet ihr schon fast da sein, oder? Ich bleib jetzt einfach mal stehen. Ihr müsst jetzt doch eigentlich, oder, ich weiß nicht, bei mir leckt irgendwie die Karte gerade nach. Dann kann ich das jetzt auch, oder? Das sind, das sind die Polizisten. Ja, dann müsst ihr. Also da ist das Polizeirevier. Ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt sind. Ja, passt. Ihr seid eh dahin, wo ich hin wollte. Wir warten jetzt kurz, bis der Stern abläuft und dann gehen wir rein. Passt. Okay. Warum habt ihr einen Stern? Wir haben vielleicht den einen oder anderen überfangen. Den einen oder anderen? Ich glaube, wir haben irgendwie vier Leute oder so angefangen. Ihr sollt Polizei spielen, nicht Räuber. Ja, das habe ich auch gesagt. Ja, aber als Oli 5 tut man doch ständig Unschuldige, was? Ja, vielleicht ist es aktuell in Amerika so, dass es da eins, zwei Sachen gibt, aber nicht in GTA. Ja. Ja, wo spielt GTA? Ja, okay. Aber fiktiv. Ja, muss ja fast fiktiv sein. Was ich mache? Ja. Ich warte eigentlich, bis du das fertig erklärt hast. Wir sind doch eh schon da. Ah, okay. Perfekt. Dann fahren wir mal davor, weil da ist ja schon der Frachter. Oh, ja. Lass mich raten, es heißt wieder ballern. Jaja, es heißt wieder ballern. Wir müssen nur aufpassen, wir müssen da vorne die Treppe hoch. Da stehen auch, glaube ich, schon ein paar. Okay. Warum müssen wir parken wir einfach hier mal? Ah! Oh mein Gott! Wir sind durchstehen! Okay, warte, warte, warte. Wir fahren noch ein Stück vor, aber wir sind im gepanzerten Kuruma. Stimmt. Ich kann rausballern rein theoretisch. Hm. Wieso schießen die uns an? Keine Ahnung. Soll ich anballern? Also wir haben irgendwie direkt verstanden, dass wir keine Polizisten sind, Björn. Insofern. Ja, dann schießen wir uns da jetzt durch. Ist das der Sinn? Sollten wir das? Ich denke nicht. Nein, ich denke nicht. Ihr solltet da eigentlich unbewaffnet rein. Ihr solltet da eigentlich unbewaffnet rein. Ihr solltet da eigentlich unbewaffnet. Ja, okay. Dann steigen wir nochmal aus. Verfüßen wir uns. Tun die Sterne. Aber wir hatten keinen Stern. Sind da hingekommen. Ja, wir hatten keinen Stern. Sind da hingekommen. Wir haben uns angeschossen und hatten zwei. Ja. Entschuldigung. Das ist richtig. Wir gehen rein. Gehen wir rein. Ja. Vorrücken. Ah, fuck was. Ich hänge im Menü drin. Okay, okay, okay. Kommt die hier nicht runter? Die bewegt sich allgemein grad relativ wenig. Insofern. Bist du die sind vor unterwegs? Ja, da hinten die zwei, aber die anderen nicht so. Die kommen jetzt. Die Polizei am Hölz, ne? Ja, die kommen jetzt. Die kommen jetzt. Die machen wir mal weiter. Die Polizei am Hölz. Okay, ich, äh... Was haben wir hin eigentlich? Ein Schocker, oder? Einfach geradeaus durch, erstmal, glaube ich. Ähm. Ähm. Ja, perfekt. Okay. Okay. Okay, du machst die Seiten. Ich schieße geradeaus. Dann steigen wir diesmal vorher auf. Ja, wir steigen jetzt hier aus. Und laufen dann das. Okay, keine Waffe. Okay. Faust auslassen. Ähm, hab ich die Faust? Ja, oder? Jörn! Nicht mich! Jaja, ich schieße nur an dir vorbei. Also, keine Sorge. Ich hänge irgendwo. Ja, wir sind ihr Freund und Helfer. Guten Tag. Oh. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, dann da hoch. Warte mal da. Gibi! Ja. 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 Unauffällig. Wir warten hier schon auf grün. Das ist ja gar nicht grün, das ist ja weich. Ja, okay. Genau, wir müssen da hoch. Okay. So, vielleicht können wir unten schon mal rein? Alter, jetzt, jetzt, jetzt. Spring nicht schon wieder da. Okay. Alter! Mechaniker! Alles gut? Mh, mh, mh. Alter! Pfff! Äh. Mayday, Mayday! Blackhawk down! Nicht zum Springen animiert eindeutig. Okay, der ist weg. Alter! Da! Der ist auch weg. Ha! Okay, nochmal einen Seiteneingang. Nein. Da ist er. Der Haupteingang. Ah! Okay. Unauffällig. Ja. E-Shack. Ja. Hm. Wir schießen schon wieder auf. Hä? Was ist denn mit dem? Wie du drauf springst. Also ich hab keine Sterne. Vielleicht glaub du fährst, oder? Doch, ich schon. Jetzt hab ich auch einen. Okay. Hä? Wir schießen jeden, um der sich bewegt. Okay, du schießt alle weg. Was soll das denn? Die werden jetzt alle sterben. Drei Sterne. Ich bin ja behindert, ey. Hey, hey, hey. Wir müssen die Kopf loswerden. Das ist das Problem. Ja, ja, ja. Das schaffen wir. Boah, stimmt. Der hatte ja so ein komisches Lenkverhalten. Weiter, 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 weiter. Ich kann mich an dem Teil nicht mehr erinnern. Hallo, Auto. Äh, hier. Zweite. Oh, 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 oh. Okay, hier muss doch irgendwo sein, oder? Oder? Hier ist doch der gute Punkt. Gibt's denn eine Treppe? Ja, vielleicht müssen wir runter. Ja, es gibt noch den Keller. Okay, vorsichtig. Ja, die kommen alle rein. Oh, fuck. Oh mein Gott. So, einen hab ich mir auch noch. Aber das sollte, glaube ich, nicht so laufen, oder? Nein, ich glaube auch nicht. Dann einfach in dir. Alter, läuft die immer so langsam die Treppe runter? Was ist das? Habt ihr es da? Oder ist, boah, ich Rambatsamba? Ja, das ist Rambatsamba. Hä, wo bist du denn? Das war Rambatsamba. Ich hab dich verloren, Gibi. Ja, ja, ich komm rein. Ich hab dich schwanken da runter. Oh, oh. Oh, oh. Gibi! Gibi! Ich heile! Da wollte ich mich einfach nicht durchlassen, dass du das gesehen hast. Einfach keinen Bock gehabt jetzt. Ey, alles, wo bist du? Mein Bildschirm ist ausgegangen, mein Hauptbildschirm. Ich seh grad jetzt nicht los. Oh. Alter. Suchen wir weiter. Oh, super. Alter. Alter, wir hatten sie los. Werft Granaten. Nee, das sieht nicht so aus. Wir hatten das nur hier. Ah, nee. Platz. Explodieren die auch mal? Ja, ich hoffe. Die? Nein. Irgendwas hat rumgemacht. Ja, ich glaub, der letzte... Man sieht nicht aus dem Minimap, wo lang man kann, oder? Oh, nee, das kommt ja schon wieder. Ich mach mal eine Annäherungsmine. Stern verschwinden und dann versuchen wir nochmal an den PC da zu gehen, oder was das war. Komm, Vater. Ja, er hat eine Annäherungsmine erwischt. Sorry, hab dich grad nicht verstanden. Oh, wir haben Helikopter am Hals, ne? Das versuchen wir, wenn's dann nicht funktioniert. Okay. Blöde Frage, aber wie läuft's bei euch? Ja, also im Moment sieht's ganz gut aus. Ja. Ja, ja, ich bekomm den Fahrplan. Ich nehm ihn. Okay. Wow. Hab ihn, hab ihn. Okay, raus hier. Okay, schnell. Nein. Wir müssen zum Plan und zwar. Nein, nein. So schnell wie's geht, wir nehmen uns den Polizeiwagen und abklappen. Oh, ich glaub, Freeway war jetzt nicht die beste... Wieso, der ist doch flott, oder? Ja, flott ist er schon, nur... Oh, da ist ein bisschen Polizei voraus. Ja, wir müssen die Polizei wieder abschütteln. Fahr gleich wieder... Das wär's beinahe gewesen. Das hat ja gar nicht gut funktioniert, was ist denn das? Verliehen die uns mal langsam? Ja, ich hoffe. Ah, ihr seid auch grad beim Fliehen? Ja. Ich seh euch neben uns. Polizei voraus. Ah, ja, ich seh. Und nur Quetzgang. Polizei voraus auch bei uns? Ja, Mist. Seid nicht hoch, aber da... Wir wurden entdeckt. Scheiße. Das machst du gut, Gibi. Oh, wir haben's. Okay. Polizei voraus. Hat Polizeisperre gemacht. Ich würde einfach 180 Grad umdrehen. Oder sowas, keine Ahnung. Nein, nein, nein. Okay, jetzt niemanden überfahren. Oder hier grad warten kurz. Wenn du hier kurz wartest, auf der einen Seite ist die Sperre und woanders kommen die nicht her. Ähm. Das ist ja mega legal. Wart, fahr los, fahr los, fahr los. Effekt hoch. Effekt hoch. Ja, okay, okay, okay. Und jetzt kommen die anderen und sind gegen Shit. Umdrehen, umdrehen. Schnell umdrehen. Polizei voraus. Ah. Oh Gott. Hallo. Oh. Nein. Doch, alles gut. Alles gut. Okay, noch, noch sind wir, noch sind wir am Leben. Noch. Noch. Die Betonung liegt auf noch. Ich hab heute keine Rohrbomben mehr. Was? Was passiert bei euch? Viel Scheiße. Die kommen uns jetzt entgegen, ne? Nee, nee, die sind, oder? Nein, die sind genau vor uns. Okay. Also wir haben gleich unseren Teil ab. Ja, ja, wir, wir versuchen, wir versuchen's gerade. Bitte sterben. Oh shit. Aha. Wir, wir, wir sind dabei. Wir sind dabei. Jetzt haut ab, ihr Bullen. Und? Wir sind drauf. Versuch in die Wildnis zu fahren da kann dann größten der Helikopter irgendwie. Also ich hab's. Stimmt. Dann und so. Pull ich einfach raus. Oh, da vorne auch schon wieder. Jetzt gleich abbiegen. Boah, ich hasse das Pullis. Zeitverfolgung ja ich auch aber ich bin blau Vorsicht Polizei, wenn du jetzt gleich hier abingst ja, ooooh ja, warte, ich mach da gerade aus oh echt, das geht? ja ja, natürlich, das ist genau das, was ich gemein da warte, lass dich gleich ran hier komm schon ja 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 endlich oh Gott nichts steht mit welcher Taste was? nichts oben steht mit welcher Taste wenn du davor stehst ah 30 Minuten Horror aber wir haben es hingekriegt also bei mir ist es Vorsicht, nicht in die Polizei rein döschen ah das wär's jetzt gewesen oh, das ist noch ein Stück zu fahren, sehe ich gerade echt? ja, 5 5,5 km hoch, ja, einmal über den Highway komplett bis wir hier zum Flugplatz sind da das wird witzig und lang und lang keine Ahnung also ganz ehrlich ich weiß so wie man sich ja auch da nicht wie die Bonn die Reichter das nicht wie man es ist ja relativ ähnlich ja ich glaube das ist relativ ähnlich Prozent im Prinzip immer sonst sind Prozent das bei dir auch Prozent was den Qualen ich glaube die Droge die drühen sich gerade ein bisschen zu Prozent 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 ihr müsst nachher noch ansprechbar sein für die nächste Mission geht in der Karte wenn ihr so ein lauft alles green Leute alles gut das ist nicht mehr so praktisch da hat die Lerwein und schiebt dieses Beispiele wird das schlimmer wenn man mehr ja auch noch Prozent keine Ahnung Leute macht mich fertig Alter, hast du zugeschlossen auf dem Klo? Ich komm nicht rein. Musst du kacken oder was? Die Tür ging grad nicht auf. Weißt du, wir machen hier voll die harte Arbeit und sie dröhnen sich zu. Ja genau, sie dröhnen sich zu, weißt du. Ja, nein, ich geh nochmal was anderes. Warum hat Gewicht keine Cam? Wir müssen jetzt eigentlich so Splitcam machen. Und wir fahren von der Autobahn und da so voll die Drogen. Das ist voll nice, okay, ich nehm nur voll die Bombe. Das geht ja auch schon, ich nehm nur mal ne Bombe. Da baust du schon fast die Sonne auf, weißt du, wir waren die ganze Nacht da unterwegs. Polizei Verfolgungsjagd mit dem alten Sportwagen. Dann nochmal rein. Jetzt regnet es auch noch. Die Fenster sind nicht mehr so dicht irgendwie. Ne, nicht mehr ganz. Von die Frontscheibe. Wird das auch übrig vom Wein? Vom Wein bekommst du auch. Aber da muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr nehmen, oder? Ja, ich bin grad bei meinem dritten Glas. Ja, ich bin jetzt beim dritten Glas. Ja, ich bin jetzt beim dritten Glas. Oh Gott, ich hätt dich so gekehlt. Ich hätt dich so gekehlt. Die Animation ändert sich auch langsam. Oh mein Gott, okay, jetzt kickt er im. Pff, oah. Ey, keine Bomben rauchen. Kein Kurschen, kein Alkohol am Stolz. Wollen wir nachher nochmal tauschen? Björn, ich glaube, wir gehen zunächst bei uns auf uns zu, oder? Ja, also ich würde erst mal sagen, ah, warte mal, ich wollte mich jetzt auf die Waschmaschine setzen. Hey, Björn. Ich hab Platil. Ich hab Gold. Ach, schön. Ja, wir hatten dafür mehr Spaß. Ihr habt mich einfach zugedröhnt. Ja, das ist allerdings wahr, so wie sich das angehört hat. Oh, scheiße. Allein, ich fand's schön. Ich hör nur, wie sie sich zudröhnen. Immer mehr zudröhnen. Ich frag mich, wenn ihr nachher wankt, ne, dann weiß ich, wie viel ihr genommen habt. Ah, guck mal, das Hinten. Jetzt rauch ich auch noch. Weißt du? Oh, guck mal. Ich hab Whisky vor meiner Nase. Das ist aber auch, äh... Ich hab auch Whisky da. Fernsehen. Hey, wir sind alle im selben Haus. Alter, ich, ich, ach so, das ist, äh... Weil ich die Bonn geraucht hab. Ich dachte schon, was ist mit meiner Grafik los jetzt? Also ich dröhne mich grad mit dem Whisky zu hinter euch. Das ist richtig oldschool. Da mach ich jetzt auch nochmal ein Clip davon, äh, für, für ein Thumbnail. Das kommt auch gut. Ja, Leute, also wenn man schon hier... Hast du nicht aufgenommen? Du musst jetzt recht erfolgreiche Mission ein bisschen mit trinken, ehrlich gesagt. Hast du nicht bis jetzt aufgenommen, Jörn? Was mit der, äh, die Clips? Achso, du machst Clips? Ich hab noch nicht Clips. Ja, ich hab noch Editor-Clips, damit ich, äh, schöne Thumbnails machen kann. Achso. Das kommt auch noch. Und mit diesem Thumbnail-Getue, ich glaub, da müssen wir uns jetzt auch verabschieden. Oh, ja. Äh, ich hoffe, ihr fühlt euch wohl in meiner Wohnung. Ja, du hast genug Whisky auf jeden Fall für mich da. Ja, das ist schön, genau. Dann noch mal ordentlich saubern. Oh, ich würd mal... Ich würd mal sagen... Nachdem Raphael sich da, äh, richtig besäuft da hinten und da gar nicht mehr gerade helft, Oh, im ganzen Kunde läuft auch nicht mehr das Pässe. Oh, guck mal, Pixel. Guck mal, hi. Lass uns tanzen. Da ist es klar. Mit meinen Leuten hier am Start. Die einzige, die sich ordentlich benimmt, ist Alice. Oh, the fuck is Alice. Ich brauche noch meinen Whisky. Ja, und somit verabschieden wir uns mit der heutigen Runde GTA 5 Online Heilsmission Gefängnisausbruch. Wir stehen kurz vorm Finale. Kurz vorm Ziel. Und ich würde auch zu meinen Zuschauern sagen, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Aber wenn ihr das noch nicht habt, drückt die Glocke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Tschüss. Dieses leise Tschüss am Ende immer. Ich lasse es einfach immer drin. Also das, ja, ich muss jetzt auch aufbrennen, gleich Stop zu drücken. Also beim nächsten Mal. Outro